So Leute, Random Talk 4. Hier sehen wir an der Wand Bronze Sables. Davon habe ich noch mehr. Hier jede Menge. Das kommt folgendermaßen. Ich mache wieder das Drehen. So, hat funktioniert. Diese Karte heißt Bronze Sable und Sable klingt so ähnlich wie mein Nachname. Den verrate ich jetzt nicht. Alle kennen ihn sowieso, aber ist egal. Und es hieß sozusagen beim Spielen, dass das sozusagen meine Karte ist. Und dann habe ich halt angefangen, einfach die zu sammeln. Und das hat sich ein bisschen entwickelt. Also es sind jetzt wirklich bestimmt schon einige Karten. Ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Jetzt habe ich noch ein paar Sekunden Zeit. Wenn ihr ein paar Sekunden haben wollt, sagt Bescheid.